Grüß euch, ich bin's der Michi. Im ersten Teil der Online-Skischule geht es darum, dass wir uns an die Skiausrüstung gewöhnen und anschließend machen wir auch gleich die ersten Gleit- und Schussübungen. Um das Skifahren so schnell wie möglich zu erlernen, braucht man vorerst die optimale Ausrüstung. Das beginnt beim Ski-Helm, Ski-Brille auch bei Schlechtwetter, warme Ski-Bekleidung, Skistöcke, Ski mit der richtigen Länge, optimal sind der Allround-Ski in Kinnhöhe, aber das allerwichtigste sind Skischuhe mit der richtigen Passform. Um dich mit den Skianrichten zu bewegen, bringst du deinen Körper in eine Mittellage, beugst den Oberkörper leicht nach vorne und bringst Sprung, Knie und Hüftgelenk in eine leichte Beugestellung. Das ist hellbe jugend. что top up dich mit den Ski-Helm und Hüftgelenk. Vielen Dank.